Jetzt ist das gedenkt, dass der Nagelsmann so früh schon in der Saison sein erster großer Erfolg mit den Bayern. Und der feiert jetzt noch. Das war der erste Streich und am Samstag kommt der Nummel, der Christian. Und der Bützl hat ihm nicht die Hände geöffnet. Aber der Tuchel, der schafft ja schon. Das ist ein Feuerwehrmann, der hat schon Chelsea aus dem Abstieg raus. Paris, das schafft er auch mit den Bayern, die Steige, das glaube ich nicht. Die darf ja nicht das Sand in den Kopf. Und der hat jetzt ja studiert, der Tuchel hat, Fußball, das geht ja. Du kannst ja in München, an der LMU, Lothar Matthäus Universität. Wir haben den Gegner nicht unterschätzt, wir haben nur nicht geglaubt, dass er so gut spielt. Und wenn alle gestrickt, dann hol ich es auch nicht. Vielleicht zusammen mit dem Hitzfeld diesmal. Und mit dem Glienzmann. Und mit dem Beckerbauer. Und wenn noch die Sache von Unsinn. Lettig und Floodostinsel.